Moin! Ich zeige euch heute, wie ihr in DaVinci Resolve ganz schnell und einfach Audio und Video wiederherstellen könnt, das ihr vielleicht aus Versehen gelöscht habt. Los geht's! So, hier erstmal ein kleines Beispiel, wofür dieser Trick nützlich sein könnte. Wir sind jetzt bei DaVinci Resolve 17, bei meinem letzten Video. Da hatte ich am Anfang so eine kleine Sequenz gemacht und da dachte ich, ich benutze von meiner Kameraaufnahme nur den Bild und leg dann die Sound-Effekts hinterher selber wieder drüber. Also habe ich hier natürlich meine ganzen Audio-Clips gelöscht. Dann habe ich mich aber entschieden, naja, vielleicht will ich die lieber doch benutzen, das ist ein bisschen einfacher und wenn ich Musik drunter lege, dann hört man das Vogelgezwitscher auch nicht so. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das entschieden hatte, habe ich aber natürlich hier schon viel hin und her geschnitten und wollte dann das nicht wieder reinlegen und neu schneiden müssen und all sowas. Deswegen hier der Trick. Ihr geht auf das Video, wo ihr das Audio wiederherstellen wollt, klickt hier oben auf den Dual Viewer und wählt für das linke Video die Originaldatei aus, wo ihr den Clip her habt. Das ist in meinem Fall dieser hier. Dann klickt ihr unter dem rechten Video hier unten auf diesen Button, der nennt sich Match Frame. Dann wählt DaVinci ihr euch genau die Sequenz aus, die ihr hier habt. Wenn ihr dann drüber haffert, könnt ihr hier mit den Buttons entweder nur das Video oder nur den Ton daraus ziehen. Also klickt ihr auf den Button, haltet das gedrückt und legt das genauso mit dem Anfang unter euer Video und schon sollte der Ton perfekt passen. Das ganze geht natürlich wie gesagt auch für Video, wenn ihr auszusehen das Video gelöscht habt und das wieder braucht. Genau das gleiche. Ihr geht auf euer Audio, macht Match Frame, geht hier drauf, zieht das Video runter, legt das hier an und da habt ihr euer Video zurück. Hier muss ich das jetzt noch ein bisschen wieder strecken und dann passt das. So, das war's auch schon. Ich hoffe es hat dem ein oder anderen geholfen. Wenn ja, dann lasst meinem Video nen Like da und schreibt mir in den Kommentar, was ihr noch so an Tutorials sehen wollt und abonniert, damit ihr das ganze dann nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal.